Nachdenkseiten Die kritische Website Ja, ihr habt bei Corona mitgemacht. Ein Kommentar von Tobias Riegel Ist die Sammlung skandalöser Zitate der Corona-Kampagne eine Menschenjagd und ein Pranger? Fahren die Corona-Leugner mit diesem Mittel fort, Hass zu säen, wie der BR schreibt? Diese Fragen lösen aktuell die Website und das Twitter-Schlagwort Ich habe mitgemacht aus. Zur Beurteilung halte ich es mit einem Twitter-Kommentar. Ich habe mitgemacht ist keine Menschenjagd, es dokumentiert eine. Zusätzlich gab es bei Corona auch einen Etappensieg. Die Impfpflicht ist vorerst gescheitert, für Entwarnung ist es aber zu früh. Auf der Website Ich habe mitgemacht werden besonders infame Äußerungen der Corona-Kampagne gegen Andersdenkende gesammelt. Diese Sammlung und das dazugehörige Twitter-Schlagwort sorgen aktuell für eine Kontroverse. Die Rede ist von Pranger oder gar Menschenjagd. Die Macher der Aktion beschreiben ihr Anliegen in eigenen Worten wie folgt. Zitat Die Website Ich habe mitgemacht ist ein privates Dokumentationszentrum für Corona-Unrecht, betrieben von einem anonymen, aber grundsoliden Kreis besorgter Archivare. Da die Täter von heute ab morgen nicht beteiligt gewesen sein wollen werden, gilt es, Beweisstücke zu sammeln, um den einen oder den anderen Zivilisationsbruch der Vergessenheit zu entreißen. Dieses gesellschaftliche Medienprojekt unterhält keinerlei Verbindungen zu irgendeiner politischen Partei oder bestehenden Gruppierung. Zitat Ende Die Berliner Zeitung fasste den Streit folgendermaßen zusammen. Zitat Zugleich gibt es scharfe Kritik an dem Hashtag, die Vorwürfe. Hier werde zur Menschenjagd aufgerufen, das öffentliche Anprangern sei eine klassische Methode rechtsradikaler, zudem werde die Spaltung der Gesellschaft bewusst weiter vorangetrieben. Zitat Ende Debatte wird auf den Kopf gestellt Dieser Absatz zitiert viel von dem Unsinn, den die Bürger seit zwei Jahren ertragen müssen. Da ist zum einen der bekannte Versuch, die Kritiker der destruktiven Corona-Politik als rechtsradikal einzufärben, zum anderen der Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr. Wer sich die Zitate ansieht, die etwa in einer verlinkten Liste gesammelt werden, dem fehlen immer noch die Worte angesichts der Hetze, Verrohung und des Opportunismus, der sich hier gegen Kritiker der Corona-Politik richtet. Nun den Chronisten dieser skrupellosen Meinungsmache vorzuwerfen, sie würden die Spaltung der Gesellschaft bewusst weiter vorantreiben, stellt die Realität auf den Kopf. Man kennt dieses Prinzip auch von der verdrehten Argumentation, die Kritiker der Corona-Maßnahmen seien für die Fortführung der Corona-Maßnahmen verantwortlich. Festzustellen ist zusätzlich, dass auch in der aktuellen Debatte die Hasssprache eher von Seiten der Unterstützer der destruktiven Corona-Politik kommt, während sich Teile der anderen Seite, von Ausnahmen natürlich abgesehen, inzwischen verbal eher zurückhalten. Dazu weiter unten mehr. Gegen das Argument, durch die Sammlung der Zitate werde eine Menschenjagd veranstaltet, spricht auch, dass es den zitierten Personen noch vor kurzer Zeit recht war, wenn ihre radikalen Äußerungen weit verbreitet wurden. Das sehen auch Twitter-Nutzer so. Zitat Zitat Ende Ein anderer meint, Zitat Lese ich richtig? Die gleichen Leute, die monatelang zum Ausgrenzen aufgerufen haben, die Leute wie mir aufgrund anderer Meinung schwere Verläufe, keine ärztliche Behandlung und Schlimmeres gewünscht haben, nennen es jetzt Menschenjagd, wenn Betroffene nochmal daran erinnern? Zitat Ende Ein anderer meint, Zitat Oh nein, nachdem ich gegen Ungeimpfte gehetzt und ihr fundamentales Menschenrecht auf körperliche Selbstbestimmung verachtet habe, hat jemand meinen Namen im Internet gepostet. Es ist eine Menschenjagd. Zitat Ende Anti-Impfung-Pack Schwurblerbrigade Twitter-Mob Die Gegenseite schäumt und vergreift sich weiterhin massiv im Ton, etwa auf Twitter, so fragt ein Nutzer. Darf man SH Homburg schon als Roland Freisler der Querdenker bezeichnen, oder ist er nur ein Arschloch, welches zur Menschenjagd aufruft, auch wenn er es leugnet? Ein anderer meint, Sehe ich das jetzt richtig, unter Menschenjagd regt sich wirklich das Anti-Impfung-Pack, ihr wisst schon, das Pack, welches seit zwei Jahren Virologen, Politiker und andere beleidigt, bedroht und Gewalttaten an diesem plant, darüber auf, dass ihnen Menschenjagd vorgeworfen wird? Ein weiterer meint, Zitat Ich habe mitgemacht, ist die letzte Mobilmachung der realitätsbefreiten Schwurbelbrigade, bevor die Ära der nicht eingetretenen Prophezeiungen zu Ende geht. Das ist keine Menschenjagd, das sind nur die Lehrdenker, die sich überlebt haben und für das Ukraine-Bashing üben. Zitat Ende Auch in großen Medien wird anlässlich von Ich habe mitgemacht in infarmer Weise eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Geradezu skandalös ist ein Beitrag beim Bayerischen Rundfunk Kultur, der fragt, warum Corona-Leugner immer noch Hass sehen würden. Unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht tobt der Twitter-Mob und fordert einen Pranger für alle, die er für die Corona-Politik verantwortlich macht. Nun kämen die Trolle nochmal aus ihren Twitter-Löchern heraus. Die Corona-Leugner und Impfgegner hätten erkennen müssen, sie seien Eckensteher und Mauerblümchen, die nicht gemocht würden. Ich habe mitgemacht, sei ein Nachtreten. Die Macher würden lieber pöbeln als nachdenken, lieber an den Pranger stellen als trauern um die Toten. Es ist auffällig, dass sich die Argumentation vieler Verteidiger der destruktiven Corona-Politik in Beschimpfungen und der Klassifizierung von Kritikern als irre erschöpft. Die Macher von Ich habe mitgemacht haben das oft nicht nötig, von Ausnahmen abgesehen. Die Hetze in vielen Zitaten bei Ich habe mitgemacht spricht für sich und sie bedarf keiner weiteren Verstärkung durch Kraftausdrücke. Es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass argumentativer Gegenwind bei harten Äußerungen als Hetze bezeichnet wird. Ist Ich habe mitgemacht ein Pranger? Ich finde Internetpranger ein sehr fragwürdiges Phänomen. Zum aktuellen Fall aber müsste geklärt werden, ob Ich habe mitgemacht überhaupt die Kriterien eines Prangers erfüllt, wenn dort bekannte und öffentliche Zitate nochmals veröffentlicht werden. Man zerrt ja nichts an die Öffentlichkeit, was dieser bisher verborgen wäre. Wenn jetzt der Begriff Kampagne für Ich habe mitgemacht genutzt wird, sei erinnert, es waren die Kritiker der destruktiven Corona-Politik und die nicht geimpften Bürger, die in den letzten zwei Jahren Opfer einer beispiellosen Kampagne geworden sind, in den Medien und im Alltag. Ein Fehlverhalten rechtfertigt nicht ein anderes Fehlverhalten, aber die Hetze gegen Andersdenkende bei der Corona-Politik muss dokumentiert werden. Ob Twitter der richtige Ort dafür ist, sollte debattiert werden. Dann muss aber auch die Frage beantwortet werden, auf welchen Kanälen sich die betroffenen Bürger sonst äußern sollten. Weil sich zahlreiche Redakteure, Politiker, Ethikräte, Gewerkschafter, Kirchenvertreter, Wissenschaftler, Lehrerverbände, Gerichte und viele weitere Gruppen mitschuldig am Fortbestand der destruktiven Corona-Politik gemacht haben, ist von dieser Seite keine Aufarbeitung zu erwarten, sondern eher das Gegenteil. Als Fazit schließe ich mich der Meinung eines Twitter-Nutzers an. Ich habe mitgemacht, es ist keine Menschenjagd, es dokumentiert eine. Ein Etappensieg – Impfpflicht vorerst gescheitert Erwähnt und begrüßt werden soll hier auch ein Etappensieg. Die Impfpflicht ist vorerst gescheitert. Zwar war bereits der Versuch der Einführung extrem fragwürdig, aber immerhin konnte dieser Versuch durch eine in diesem Fall funktionierende Demokratie abgeschmettert werden. Dass sich die Bürger davon und von den aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen nicht zu sehr beruhigen lassen sollten, haben wir kürzlich in dem Artikel »Die Corona-Geister müssen von den Bürgern vertrieben werden, andere werden es nicht tun« beschrieben. Ein echtes Ende der Pandemie-Politik wird es erst geben, wenn die Bürger das endgültige und vollkommene Ende der Pandemie-Politik einfordern und eine Wiederholung ausschließen. Ansonsten wird, das zeigen alle Erfahrungen, ein Ausnahmezustand im Hintergrund am Köcheln gehalten. Nach einer trügerischen Phase der sommerlichen Kulanz des Hygienestaates kann eine erneute Angstkampagne vor einer Virusvariante die Corona-Politik immer weiter verstetigen. Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.